Die ersten CD, die ich gekauft habe, das war die allerersten CD, war All That She Wants. Deshalb ist es genau perfekt, dass Sie gleich anführen. Ganz genau, All That She Wants war Achte Deutschland. Großmann, es kam noch weiter, unter anderem For ostat and we are hoping to welcome you am faint of year Ja! Wir haben ja gar nicht gedacht, wir sollen ja nicht sagen, wir können einen Eidohorn haben. Wir haben ja gar nicht gedacht, wir können einen Eidohorn haben. Wir haben ja gar nicht gedacht, wir können einen Eidohorn haben. Wir haben ja gar nicht gedacht, wir können einen Eidohorn haben.